Steuerung und... Alter! Bist du mich verarschen? Nein, du verwandest dir den Typen jetzt hier nicht. Hörst du auf? Hörst du? Oh Gott! Nein, nicht töten! Nicht töten! Nicht töten! Nicht töten! Boah, nicht töten! Ich muss meinen Stars-Vackel einsetzen. Mal einmal fett reinlunzen. Wett reinlunzen Todsaug. Moment! Sicher ist sicher. Uah! Ich hab' mir fast gedacht, dass da noch was kommen muss, wenn die Dinger da rumliegen. So, und jetzt? Was hab' ich mit dem Metall eigentlich noch? Das? Energieläger, keine Munitionskiste. Okay. Was ist hier? So. Du siehst, jetzt muss ich in den anderen Raum sogar. Ja, jetzt muss ich durch die Schwerelosigkeit nach oben vermute ich mal außen am Schiff entlang. Und ja, das machen wir noch und dann würde ich auch die Folgen beenden, weil ich noch hochladen muss. Und noch ein bisschen Fernsehgucken möchte. Ein... Ja, da passiert jetzt nichts mehr. Die habe ich ja schon gekröpft, getötet eigentlich wollte ich sagen, aber ist ja so ähnlich. Ja. Siehst du, manchmal ist es doch praktisch, die Story-Mission ein bisschen zu unterbrechen. Entritt Schwerelosigkeit. Was ist das? Na, gut, brauche ich nicht. Ach Gott, jetzt muss ich wieder den... ... den Schwerelosigkeit-Jump machen. F? Nein. G? Nein. H? Nein. X? X ist... Schwerelosigkeit... Ach Gott, wie mache ich das jetzt wieder? Nein. Ich mache nur mein Stasse. Ah. M. N. Oder so. Okay. Ähm. Wo muss ich denn eigentlich jetzt hin? Äh. Hier hin. Ich sollte es auf Anhieb am besten gleich treffen. Ops, nein, nicht die Map. Mann. Mann. Hat doch eben geklappt. Ich hoffe mal, mein ganzes. Ich hoffe mal, mein ganzes Ding hier. Na, wieder. Wenn es nicht klappen soll, dann klappt es. Warum klappt das jetzt nicht, wie ich das gern hätte? Mach doch. Ich habe doch gleiche Tasten wie eben. Es ist mein Stasse Ding leer. Super. Nein. Ich weiß nicht, warum das jetzt nicht mehr funktioniert. Wie hat es doch so funktioniert? Steuerung und... Alter! Bist du mich verarschen? Nein. Nein. Wo ist das Handbuch? Karte braucht nichts. Datenbank. Ah. Jetzt muss ich wieder gucken. Nachher. Aufgaben. Waffen bis 100 Karte. Zerstückeln. Ausrüsten. Shop. Genese-Modopläne. Genese-Symbol. Luftzahler. Schwerelosigkeit. Schwerelosigkeit. Hier. Zero-Sprung. Steuerung. reached.. Munitions-Blink droht wenn sie nicht auf die Gegenteile springen können. so od rental als NIR evidence, wenn wir auf die Gegenteile springen können. So.. jetzt habe ich es ist kompliziert muss ich doch hin oder oder ja dahin und jetzt ja also gar nur so habe ich beide nein habe ich natürlich nicht jetzt habe ich beide so und jetzt steuerung ach so ach so jetzt macht es einen schuh draus und steuerung was ist da sind nur die kleinen zweitgezählte schützen müsste dinge auch weg ein verkehrt rum dahin ist doch kein sie sie gewesen das machen die vor dem geschiss wo ist das ding ist leer ja gut du solltest halt nicht rausstehen solltest weil mutig ich lass mich an ich muss dadurch sich dadurch muss aber wie ich das hier gibt es ja auch kein weicher ich bin in der hydrostation und versuche second engineer jacob teppel zu außen komme aber nicht durch zu maschinen raus natürlich weiß ich dass das dem ganzen schiff medizinischer alarmstufe ist deshalb suche ich ihn ja nein für den augenblick sind wir sicher aber die monowales und wir können nicht zu den wettungskassen hallo 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 Statist hast du . e Desk du willst mich verarschen d ich muss es da auf einmal durch die d so ist es jetzt direkt in die fresse gott sei dank gift sogar wieder zurück muss also schwer ist nicht ganz ungefährlich so was das angeht die punkte wo man abklappern muss sind nicht ganz ungefährlich jetzt will ich trotzdem gerne mal speichern ich war schon meine aufnahmezeit ich drüber bin und hier gleich irgendwas passiert was mir nicht gefällt ja wir haben die knötchen hier jetzt ich Vielen Dank.